Vorwürfe gegen Schonweit Schonweit weist die Vorwürfe zurück. Schonweit holte mit einer überragenden Vorstellung Snowboard Gold, doch schon kurz danach kam es zu einem kleinen Eklat. Es geht um alte Vorwürfe gegenweit. Schonweit hatte seinen Triumph im packenden Snowboard-Final noch gar nicht richtig verarbeitet, da wurde ihm die Freude schon wieder genommen. Denn, der 31-Jährige wurde mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die schon Jahre alt sind. Ich bin hier, um über Olympia zu sprechen, nicht über Klatsch, fuhr Weid einen Reporter an, der ihn auf ein unangenehmes Thema ansprach. Worum geht es? Schon 2016 hatte Lene Zerweide, frühere Schlagzeugerin von Weid's Rock Band Wilsings, Weid beim Zivilgericht der kalifornischen Stadt Sandigo verklagt. Es geht um sexuelle Belästigung, Weid soll ihr obszöne Bilder und Textnachrichten geschickt haben. Im Mai 2017 kam es zu einer äußergerichtlichen Einigung. Doch USA-TD und das Online-Portal The Yardspin erinnerten an den Fall. Kurz darauf entschuldigte sich Weid für seine Wortwahl, es tut mir wirklich leid, dass ich das Wort Klatsch gebraucht habe. Es war eine schlechte Entscheidung, bei diesem sensiblen Thema dieses Wort zu nutzen. Ich war einfach so überwältigt, über meinen Erfolg sprechen zu können und meine Emotionen beschreiben zu können. Auch Zerweides Anwalt Lavrance-Bohm reagierte bereits, mit scharfen Worten, keine Frau will von ihrem Belästiger als Klatsch oder Lügnerin abgetan werden. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare bei t-online.de finden Sie auf unserer Übersichtsseite.